Hallo, heute habe ich ein Zuckerstangenmuster für euch, auch sehr weihnachtlich. Ihr braucht dazu von Catrice, die 080 Let's Talk About Berry, sehr schönes Rot. Glitzert nicht, denn darüber habe ich von Essence, den findet ihr in der Nail Art Abteilung, 08 Night in Vegas, der glitzert sehr schön und der geht auch super ablackieren. Und für die weißen Streifen habe ich auch von Essence in Tip Painter, der hat keine Nummer. So, geht schon los. Oben gut abstreifen, auch hier, ich lege mir mein Handtuch drunter. Jetzt erst einmal würde ich sagen, nur ganz leichte Streifen vorzeichnen. So, ja, weil, dann könnt ihr noch ausbessern und ja, also erst einmal nicht zu viel Farbe nehmen. So, also so werden die Streifen nicht ganz eintauchen, wieder Farbe abstreifen. Geht ruhig öfters drüber, das macht nichts, aber hauptsache ihr habt die Streifen dann da, wo ihr wollt. Also, lieber ein paar Schichten mehr als irgendwas auf den Nägeln zu haben. So, also wirklich wenig Farbe nehmen. Ausbessern könnt ihr ja immer noch. Ihr könnt natürlich entscheiden, ob ihr jetzt dickere Streifen wollt, dünnere Streifen wollt. äh, farbige Streifen, aber das ist einfach das Original Zuckerstangenmuster. Ja, ich finde, es schaut recht schön aus, auch eben mit dem Glitzer-Nagellack drüber. Viel Spaß beim Ausprobieren. Ja, ich finde, es ist einfach ganz schön aus, auch eben. Na, ich finde, es geht nicht. Ja, ich finde, es geht nicht. Aber, ich finde, es geht nicht.